Herzlich Willkommen zu meinem 40.000 Abonnenten Special Ja was soll ich sagen ich bin immer noch baff 40.000 Abos Ich hätte nie im Leben damit gerechnet dass ich sowas auf die Beine kriege Eine unglaubliche Zahl Natürlich danke ich jedem Abonnenten einzeln und natürlich auch den Leuten die mich unterstützt haben Wie an der ersten Stelle auf jeden Fall Kaboom Danke nochmal Daumen hoch für dich Den Krieger natürlich und alle anderen Kommentatoren mit denen ich anfangs Kontakt hatte und mit denen ich halt immer Gespräche hatte Tio und Dipsy, Killer Junge und Underserial Ja man muss sich auch mal bedanken können Ja ich werde jetzt hier Vorstell mal sorry Ja das ist euer Garbentisch Hier sind auf jeden Fall die Sachen die ich verlosen werde Das sind hier 1,2,3,4,5 Call of Duty Black Ops T-Shirts Die werde ich raushauen Und dann gibt es hier diesen wunderschönen Razer Onzer Original neu und einmal von mir gespielten Controller So sieht er aus Dann hier der Hauptpreis Ich bin hier voll im Schatten So dann haben wir hier die Ava Media Gema Capture HD Aufnahmegerät der Gerät Das ist der Hauptpreis Ja dann habe ich hier noch zwei MW2 Controller Einmal die Schneetarnung Einmal hier digital Den gibt es für euch zu gewinnen Dann habe ich hier noch drei Spiele Die ihr euch runterladen müsst Davon werde ich euch die Codes geben Ich drehe jetzt das Teil nicht um Weil die Codes dann wieder ruckzuck weg sind Den Fehler habe ich einmal gemacht Ja dann habe ich hier noch Ja sorry das sind alles Xbox Sachen Tut mir leid Jungs Aber ich bin nicht dazu gekommen Was für die Pläsi Leute zu organisieren Aber ich denke mal so ein Controller Irgendwie auch wenn ihr eine Pläsi habt zu Hause Als Deko Ist auch was Nices Auf jeden Fall habe ich die Sachen hier Die Controller natürlich alle selber lackiert Habt ihr auch verfolgen können Boah ist das eine Farbe Übel Also ich finde das ist der geilste Controller geworden hier Ohne Witz Mit schwarzen Knöpfen Allein schon die Farbe ist echt Mörder Und hier Auch richtig geil Dann habe ich hier noch Gold und Blau und Weiß Ja auf jeden Fall gibt es hier noch die Spiele Resident Evil Operation Raccoon City Max Payne Und ja in Max Payne sind auf jeden Fall noch die ganzen Codes aktiv Also sind ja in dem Spiel noch Download Codes Wie ihr euch Sachen downloaden könnt Ja dann habe ich hier noch Rage Da sind auch noch ein paar Codes drin glaube ich Ja Das ist auf jeden Fall das worum es geht Und dann werde ich natürlich auch so Karten mit Unterschrift von mir reinhauen Ja das sind die Sachen die ihr gewinnen könnt Die andere Capture Card die werde ich hier für mich behalten Eigentlich wollte ich die auch verlosen aber Ja eine Capture Card habe ich ja selber die hat die PVR Allerdings werde ich die jetzt benutzen Was heißt benutzen werde ich die für Streams benutzen Ja ich werde auf jeden Fall noch ein PC holen müssen Weil meiner ist irgendwie Asper Ruhe halt Und sobald ich alles irgendwie auf die Kette gekriegt habe werde ich auf jeden Fall mit Streaming anfangen Ja und jetzt kommen wir dazu wie ihr auf jeden Fall die Sachen absahmen könnt Ist nicht wirklich unglaublich schwer Ich habe mir etwas Einfaches überlegt Und zwar wisst ihr ja dass ich vor meinen MV3 Gameplays wenn ich eine MOAB erspielt habe Immer diesen berühmten Satz Da ist die MOAB reinhaut Und ja da habe ich mir überlegt Dass ihr das an meiner Stelle übernehmt Also dass ihr euch Dass ihr eure Stimme aufnehmt Mit dem Satz Und einfach originell irgendwas raus klatscht Oder eventuell auch ein Video machen könnt Mit eurer Klasse oder so Dass ihr irgendwie so eine Choreografie anstimmt Oder mit eurer Fußballmannschaft Oder weiß ich nicht Wenn ihr auf der Straße irgendeinen Polizisten trefft oder so Und der den Satz spricht Zum Beispiel Oder eure Oma den Satz spricht Oder Ja weiß der geil Einfach irgendwie Dass es witzig rüberkommt Dass es So eine So eine richtig geile Sache wird Auf jeden Fall Ja Ihr könnt Alles machen Also ihr könnt echt Entweder schickt ihr mir eure Tonspur Oder ihr macht ein Video Also ein Video finde ich auch richtig geil Wenn ihr das machen würdet Oder Um ehrlich zu sein Ich habe auch keinen Plan Das ist das einzige was mir eingefallen ist Ich habe vorhin im Stream noch den Krieger gefragt Ähm Der hat mir so eine Eine andere Ähm So ein anderes Gewinnspiel Ähm Aufgezeigt Was ich zu aufwendig Aufwendig finde Ähm Da finde ich das auf jeden Fall schon geiler Weil ich dann auch Sehe mit wem ich äh Zu tun habe Und wie meine Abos äh Wie meine Abonnenten so ticken Ähm Ähm Ja Das ist das Ding Schickt mir ähm Die Sachen die ihr vorbereitet habt Auf jeden Fall ladet die äh Bei euch auf dem Kanal hoch Ähm Als äh Von mir aus auch als ungelistet Und mir den Link schicken Also ähm Ähm Auf jeden Fall auf YouTube hochladen Nicht auf ähm Mega Upload oder was weiß ich was Auf jeden Fall auf ähm YouTube hochladen Mir den Link schicken Ähm Ja und Seid auf jeden Fall kreativ Ähm Mehr kann ich dazu nicht sagen Macht ein äh Cooles Video So äh Auf jeden Fall Mit mehreren Leuten Es ist richtig ähm Finde ich es Schöner zum ansehen Ähm Ähm Oder irgendwie In der Öffentlichkeit oder so Was weiß ich Irgendwie im Einkaufszentrum Wenn da einer schreit So was weiß ich Da ist die Moab Oder so Und die Leute einfach nur bescheuert gucken Sowas zum Beispiel Aber äh Wie gesagt Da seid ihr gefragt Eure Kreativität Und Ja Dementsprechend Werde ich dann schauen Was mir am besten gefallen hat Und ähm Jeder kriegt dann entweder hier so ein Controller Oder ein Spiel Oder äh Oder halt den äh Controller Oder hier so ein Shirt Je nachdem wie sehr es mir gefangen hat Und Platz 1 wird auf jeden Fall diese ähm GameCapture GameCapture Und auch die anderen äh Leute die was gewinnen Werde ich auf jeden Fall Bei mir hochladen Mit dem Zeug Was sie geschickt haben Und Ja Einige Sachen sind schon weg Und zwar Hier einmal der Controller ist das Der geht an äh Mau am Kirsch Hatte ich ja schon ähm Gesagt In einem ähm Commentary Und ja Einer von den beiden Hier ähm Geht einem Den D1 Rach hier Die Sachen hatte ich ja schon im Vorfeld äh Verlost Ja Gut Ich glaube ich habe jetzt alles erzählt Falls ihr noch Fragen habt Immer raus damit Ich werde das äh Ich werde den Contest ungefähr eine Woche oder so Oder 10 Tage Laufen lassen Dass jeder irgendwie was gescheites schicken kann Und Ja Was auch geil wäre wenn ihr äh Wenn ihr äh Gematik auf einem Frauenarsch irgendwie äh Ähm Wenn er auf einem Frauenarsch zu sehen wäre Natürlich handgeschrieben und äh Der Arsch sollte auch ansehnlich sein Und Auf jeden Fall Volljährig Ja Das wäre auch so eine Sache Wo es auf jeden Fall Eine Äh Ein Teil hier Für geben wird Ja Okay Das war's von mir Ich hoffe ihr nehmt alle Teil Und äh Schickt mir fleißig eure Links Und ja Viel Erfolg Viel Glück Und ich lasse mich überraschen Bis demnächst Peace out Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal